Mit meiner Kamera ist wieder abgestürzt, weißt nicht warum. Müsste jetzt seitdem passiert sein. Meisterkill, Spiderkill, Meisterschaden, Spiderkill. Nur eine Nebenrolle, Frau Schmidt. Am langweiligsten, Frau Tepper. Okay. Schlagen wir die nächste Runde ein. Wir nehmen... gesprengte Kisten neu. Gehen wir mal ein Labor ketschen. Dann kann sich der Mike ja so schön aufregen. Und die Frau Schmidt ist dran. Tschüss. Bist, Lange der Brick-es. Bist, Lange der Brick-es. So, oh das ist, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, Ja, natürlich, voll auf dein Tor, auf dein Lapper, Frau Schulze. Auch auf die Lehrerin von anderen Schule. Ihr habt euch ja wirklich lieb, Alter. Ihr freut sich, ey. Ihr Kleiner freut sich, ja. Ich weiß immer, wie die meisten in Spacken ist. Oh, Spleggabob, ist das dein Ernst? Warum... Ach, stimmt. Jetzt machst du erstmal hier bequem. Und werde... ...die Wormhaus reinnutzen. Für diese Bienen-Penner hier. Ach nein. Liebe auf der großformatischen Art. Sie hat eine Großmutter geschickt! Ich geh auf Cindy ruf. Den Axel kenn ich ja nicht so gut. Ja. Das war nicht schlecht, Leute. Aber bitte durch eine Kamera drinnen. Na gut. Aber ich weiß, warum die Kamera unterbrochen ist mit dem folgenden Pfad, wenn dieser Scheiß anrufe. Ja. Ja. Er hat was aufs Pfleger, Bob. Welche Fazil ist das? Stimmt, Frau Töpper, oder was? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich aufs Pfleger. Nicht so gut. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Und wenn du das in die Fresse hattest. Ich hab dir das in die Fresse. Ich hab dir die Zähne in, Alter. Schöne Zähne, ja. Ach, jetzt ist Kati dran. Na komm Kati, na los Kati Party. Oh oh. Die tut wieder Mobben, Alter. Das gefällt mir gar nicht. Die tut wieder Mobben. Typisch. Anders kann man... Dafür verliert die jetzt ihr Leben, Alter. Dafür verlierst du dein Leben, Kati. Genau dich meine ich. Heißt, man nickt der Mäuchen so auf. Falls du es doch überlebst, habe ich was für dich. Sag dir Lappmine Hallo. Keiner ärgert jetzt seine Mitarbeiter. Schön, Kati, jetzt bist du tot. Hast davon, Bitch. Ja. Allein toll fest ergiftet hast du Arschloch, ey. Wieso, wenn du das Arschloch sagst? Hab mir in der Schule nie aufgepasst, wisst ihr doch. Ich hab in der Schule nie aufgepasst. Ne, 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 ne. Doch, da, Birke. Aber der, das Arschloch... Das fette Arschloch, Alter. Was könnte er jetzt machen, hat er wirklich Kistensammel in die Hände. Und Feuer vor, liebe Renzi. Das ist halt, hat Respekt vor gar keinem. Ist schon, ist schon, das ist ihnen doch nicht genug, dass er von mir keinen Respekt hat. Ja, muss andere auch noch hergern, dieser schön Chefarzt, ey. Kriegt er auf die Fresse! Ja. Was ist denn du für? Hast du ein Baseballschlücker? Ja, ne doch, oder? Hast du ihn ne Kilt? Nee. Nee, der Kilt hat er den nicht. Walsch, dein Nick los, Alter. Oh, dann haben wir eine Kistenshopping hier. Oh, noch ne Omi, werden wir gleich nutzen. Der Weltmehrlech Spider-Kil benutzen. Der Weltmehrlech Spider-Kil benutzen. Na, guck mal, wer da kommt! Na, guck mal, Frau Schulze! Ja, fein! Ja, guck mal, wer da kommt! Ja, guck mal, wer da kommt! Ja, guck mal, wer da kommt! Papa! Hallo! Hey, Papa! Maust du noch wieder Bera Kretz hin? Ach, Krängli. Wow, bist du gut, Bengel. Hast du feine Macht. Hab so Respekt vor dir. Hab ich nicht. So, mal ganz kurz einen Cut. Jut, Spiel fortsetzen. Ach, sie haben gefeuert, Alter. Huxley. So. Ach, wisst ihr was. Dann nehme ich doch lieber meinen Best Buddy. Mr. Spider-Key. Hallo. Hallo. Stirb, du Stück Scheiße. Ha! Geil. Na, Frau Schmidt, alles klar? Schmidtini, bitte. Bitte eine Schmidt. Geil. Geil. Er hat noch was Spleggebob verweilt ist, Alter. Okay, Spleggebob ist tot. Ein Deutsch. Boah. Sprech doch bitte einmal unsere Sprache. Oh, Angelique. Schlägerbraut. Das kriegst du wieder. Ja. Das garantiert dir mit Arsch und Gewissen, Alter. Kann ich auch sagen. Hohohohohoho. Passt bloß auf, du Stück Scheiße, Alter. Meine kleine Queen. Jetzt kommt der große, böse Spider-Key. Und der hat sich so gar nicht lieb. Wo sind die Kisten? Hm. Ob ich eine Oma habe, glaube ich, noch. Ja. So. Du wolltest Stress machen, meine Jüster? Ich weiß, dass die Uhr tickt und setzt. Wow. Den Falt oben. Wohhohoho. We're going to have two thousand points for that message. Ich habe sie nicht auf, nice. Ja, ich dachte, ich habe ihn gleich explodieren lassen. Frau Lieberin ist dran. Na komm. Heute noch. Morgen noch. Hallo. Ach. Ahahaha. Doktor Wilke um Geneted gut gemacht. Den hast du so richtig gut gemacht. Mensch, der war ja mal vom Feinsten. Mal kurz einen Cut. Oder haben wir schon, Jut. Hehehe. Ach. Ah, ich habe bin ich auch am drohen. Tschüss, voll Fein. Wie kannst du ja die Angelique verdachten, wie sie hieß, die die verhäftet hat. sie hat es hat ja die natieren umgebracht die hat katy war nicht die hat den verhiftet das wechsel wieder ihr kriegt aufs gesäß so du willst immer noch stress machen mit einer scheiß klasse alter in der kack vor schulze ganz im arsch klemmen hier frau schulze meine fresse hier hatte ich schreien da kannst du schreien du stück dreck natürlich natürlich den willst du da treffen meine oma meine bündete oma mit dem weg 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 die sammels nicht ein und gehst du da schritt wenn der nächste auf versprechen weh das ammels nicht kleines opfer äther Da ist der Spider-Killer-Eigentum. Schnelle Manöver. Wo ist jetzt das Medi-Pack? Ach da, ganz hinten. Im Labor ist das schon schön verwumst worden. Warte, 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 warte. So, dass sich ein anderer Depp bekommt. Ach, jetzt kann ich noch rüberfliegen. Manche sind gestorben, wirklich für den Arsch, Alter. Tschüß, Frau Tepperchen. Schön ausgenockt. Warte, warte mal kurz einen Cut. Gut. Klingli ist dran. Ah! BEMS! 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 Wer hat mich denn platziert? BEMS! Nächst dann wieder, ey! freundlich so viel aber ich gehe auf eine heilung auf eine hasse person jahren die mich nie gemocht hat unsere liebe frau schmidt so nein die dinge ist ja verzögert ja nicht gedacht Oh, Frau Lieberens, Englisch. Na komm, komm on, geh kacken. Ich muss hier vorspielen nach Haferpulgen. Da ist kein Midi-Pack mehr, Quengli. Wow, respektvoll getroffen, du, Nuch. So, erstmal mach mal was für ein Name ausziehen. Ja, es wird Frau Töpper geohnt, stehst du im Weg? Ja, da kannst du am Weihnachten erst mal ein Räden müssen, sonst wie. So, und einmal Frau Lieberens. Die war mal so böse in Englisch. Ha, so viel Fünfen verteilt! Ja, da kriegst du richtig... Ich will jetzt wissen, was in der Kiste da drin ist. Oh, der war zu spät. Das ist in der Kiste. Oh, der war nicht gelöst. Da grinst das Kind, Alter. Da grinst die Wurst, ey. Froschmidt, wie wollen wir es heute? So, gehst du an, Minamarsch, halt die Fresse. Weißt du was, Froschmidt? Wir machen es heute mal... Na ja, wie soll es sein? Die Oma hängt mir lieber auf und... Fünft mal habe ich auch noch da. Älschte Bitsch. Bitte sehr froschmidt. Hab ich es immer wieder gern gemacht. Nicht zu nah ans Wasser. Oh, oh, Midi-Pack einsammeln. Was würden die jetzt machen? Ah, was? Ja, es geht voll. Es geht doch immer nicht schlecht, da nicht wahr? In der Grinze, das Kind. Freue dich, mein Grinzebängelchen. Jetzt kommen wir hier um diese Kwenge-Verzehrer. So. Wo ist jetzt dieses Midi-Pack? Oh, yes. Schauen wir mal, wo Pringley ist. Are you sure you don't want to gamble back? Jetzt müssen wir schnell die Oma setzen. Jetzt müssen wir schnell die Oma setzen. Jetzt müssen wir schnell die Oma setzen. Ich glaube, die Taten wie, ne? Ja, müssen wir mit Midi-Pack sichern. Jetzt kannst du flüchten, Kwenge-Li. Oh, wenn du sie auch drauf hast. Hello. What's you see? Ich hab' hier mal guckt. Wow, eine Baukiste. Deine Schwache-Item ist drin, die sowieso nix anfangen kann. Fär wie im Warten-Dead. Das freut sich, dumme Kind, oder was? Wenn man halt die Fresse poliert. Wenn man halt die Fresse poliert. So, jetzt ist der Opfer tot, Alter. Jetzt auch noch mal eine große Materie, ne? Dann wechsle ich den Wurm und dann... Are you sure you don't want to gamble back? Ja, Bad Simpson, Alter. Schönfall, Genternberg. Ja? Willst du die Oma setzen, meine ich, nicht mal zum Nutzer, Alter. Bängelchen! Ach, hast du die Doppelschaden sammeln? Oder auch nicht. Ich hab's in sammeln, Alter. Das sammeln ich jetzt in. Da kannst du von morgen von träumen, dass du sowas bekommt. Leider haben wir keinen Z-Pack. Der Labor ist so zerfickt, Alter. Der... Oh, Mensch! Was ist denn jetzt diese bekommen auf die Lieberranze, ey? Oh, toll, ist halt verlaufen. Der braucht ja nie mehr ticken, haben die verlaufen, Alter. Der Gegner sind noch zwei. Zwei Gegner sind noch, kurz ein Cut. So, das war jetzt noch, ah, gut. Die Kamera bricht jetzt ab, Alter. Hallo, Frau Lieberin. So, zwei Lacken ist der, und es ist hier rein. Die wird aber trotzdem schön hart umgenietet. Ach, warte mal. Oh, mein Gott, dass ich Schaden habe. Tschüss, Frau Schmitti. Tschüss, Frau Schmitti. Schön, dass du bei uns warst. So, dann guck mal so schnell die Ergebnisse an, nicht wahr? So, gut. Weil wir am Fruchtflintermeißen genutzt. Was? Ernsthaft? Ja, nicht gedacht. Splitterbombe. 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 Da, was? Vergangenen, als wäre es jetzt 2002. Gesamtsschaden, Kills 0. Kills 3. bolt 2. 52. Kills 2. Kills 20. Geil. 1995. Cool. Da war ich ein Jahr alt. mal kurz anschauen und genießen nochmal genießen und nochmal langsam 1, 2, 3, 4 so Leute, bis dann tschüss